Unglaublich! Eine Sparkasse hat vor einigen Tagen für Aufmerksamkeit gesorgt. Dabei kam ein einfacher Bürger- und Bankkunde ins Visier des Geldinstituts. Am Dienstag vergangener Woche präsentierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser gemeinsam mit dem BKA-Chef Holger Münch und Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang ihr neues Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus. Dabei geht es um die Austrocknung von Finanzquellen rechtsextremistischer Netzwerke. Diesem Ziel hat sich scheinbar auch die Sparkasse Mittelfranken-Süd verpflichtet. Wie jetzt bekannt wurde, gab es einen Zwischenfall mit einem Bankkunden. Dieser führte lediglich eine Überweisung durch, welche als Geldspende für eine politische Partei gekennzeichnet war. Da es sich hierbei um eine Spende an die Alternative für Deutschland handelte, fühlte sich die Sparkasse scheinbar verpflichtet, einzugreifen. Der Bankkunde, welcher unerkannt bleiben möchte, erhielt dabei ein Schreiben des Geldinstituts. Dieses Schreiben kann beinahe als nackte Drohung verstanden werden. So schrieb die Bank, Zitat, Der Zahlungsempfänger hat eine rechtsextremistische Ausrichtung. Die Sparkasse Mittelfranken-Süd akzeptiert solche Zahlungen nicht. Zitat Ende Der Zeitungsverlag der Jungen Freiheit konfrontierte die Sparkasse mit den Vorwürfen. Dabei ruderte die Bank zurück und erklärte, Zitat, Den gesamten Vorfall als ein Missverständnis. Zitat Ende Es kann in einem Rechtsstaat nicht sein, dass Geldflüsse einer unliebsamen Opposition unterbunden werden. Dabei geht die größte Gefahr mittlerweile von einem linken Meinungskartell aus, welches die einzige und alleinige Wahrheit in Anspruch zu nehmen versucht. Dabei wird mit gekonnten Zersetzungsmethoden, nach Vorbild der Sozialistischen Einheitspartei, auf alle Bereiche des Lebensalltags eingewirkt. Der Kampf gegen Rechts dient nur einem Ziel. Es geht um die Zementierung eines Legitimitätsmonopols der Linken. Das fehlende Rechtsverständnis einer Bundesinnenministerin Faeser, welche jegliche Kritik an der Regierung mit einer Delegitimierung des Staates gleichsetzt, führt lediglich zu dem gefährlichen Zustand, dass Frau Faeser sich selbst als personifizierten Staat ansieht. Der Souverän kann der Bundesinnenministerin an der Wahlurne beweisen, dass das Wahlvolk der Staat ist und die Politiker lediglich ihre gewählten Abgeordneten auf Zeit.